Wir machen heute ein 100.000 Gems Megabox Opening Battle Ja! Let's go! Ja! 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 Im Mai verlose ich jeden Tag 25 Euro iTunes oder Google Play. Tragt dafür einfach Creator Code Lukas ein und holt euch irgendetwas mit Juwelen im Shop, zum Beispiel auch den Brawl Pass. Nehmt das Ganze auf, packt es auf Instagram Indie Story und markiert mich und jeden Abend wird auf Instagram ein neuer Gewinner bekannt gegeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu dem neuesten, krassesten Brawl Stars Video auf meinem Kanal, Freunde. Oh mein Gott. Wir machen heute ein 100.000 Gems Megabox Opening Battle. Es ist einfach mal ein Weltrekord für das teuerste Opening und auch Opening Battle der Welt. Dabei ist heute der Clash Games. Was geht? Junge, Lukas, was tun wir hier schon wieder, Alter? Oh mein Gott, Leute, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es komplett eskalieren hier. Ich würde einfach mal sagen, alleine für die Juwelen hier schon, Leute, die hier auf den Account sind. 100.000 Likes auf dieses Video. Das Video kostet übrigens 5.500 Euro, ausgerechnet. Und tatsächlich sind es insgesamt 1.250 Mal Megabox, die in diesem Video geöffnet werden, Freunde. Ei, 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 es ist komplett eskaliert. Und Leute, natürlich, ja, was ist heute für ein Tag? Heute kommt der Hashtag der Nizza Diamant Merch raus, Leute, auf dermerch.de um 14 Uhr. Die ersten 1.500 Besteller bekommen zu ihrem Hoodie oder zu ihrem T-Shirt die krassen Beilagen dazu, nämlich den Diamant Bluetooth Lautsprecher, der richtig, richtig krass ist. Leute, in verschiedenen Farben leuchtet ihr eben einfach an eurer Handicoppen darüber Musik hören oder Brawl Stars Song, unsere Videos gucken. Und ihr bekommt noch zweimal der Nita Glückskicks und eine handzelierte Autogrammkarte von Clash Games. Ich weiß nicht, wo er jetzt sitzt. Und von mir. Es ist zu wild. Gönnt euch alle den Merch. Der ist einfach zu heftig. Und Kevin. Ich weiß gar nicht, was wir hier sagen sollen. Das ist ein komplett leerer Account bei uns beiden. Kannst dir auch nochmal schnell zeigen. Wir werden jetzt gucken, wer wird schneller den Account maxen quasi. Weil ich denke mal, das reicht, um den Account zu maxen. Die Punkteskala. Das wäre traurig, wenn es nicht reicht. Ist so. Punkteskala ist jetzt hier eingeblendet, Freunde. Legendäre gibt es mal 10 Punkte. Ein Mythisch schafft 5 Punkte und ein seltener in 1 Punkt. Ah, und chromatische Brawler geben übrigens auch 10 Punkte. Ist ja auch hier im neuen Update am Start. Ich bin so gespannt, Alter. Es ist einfach zu... Was ist mit Gadget? Gadget, Gadget, 1 Punkt? Ne, würde ich in diesem Video rauslassen, sonst wird es zu verwirrend. Okay. Genau, Starpaws und Gadgets sind in diesem Video nicht so wichtig wie die Brawler-Freunde. Und ich würde einfach mal sagen, Kevin, wir gehen feierlich zur ersten Megabox. Leute, es ist das krasseste Brawl, das Video der Welt, könnte man hier wirklich sagen. Ein historischer Zeitpunkt. Ohne Spaß mit euren Freunden. Das muss jeder Mensch sehen. Ist so. Wirklich. Acht Milliarden Menschen. Wie viel? Doch, acht Milliarden ist eh richtig. Ja, ungefähr. Acht Milliarden Menschen müsst ihr das Video hier sehen. Oh mein Gott, Freunde. Ich weiß auch nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Außer Creator Code Lukas, Leute. Auf Ehre alle eingeben. Egal, was ihr euch jetzt gerade im neuen Update-Shop holt, macht es gerne mit Creator Code Lukas. Da läuft aktuell noch ein Gewinnspiel. Jeden Tag 25 Euro Items oder Google Play. Äh, Auflösen gibt es bei Instagram. Einfach den Jamco-Film und auf Instagram die Story packen. Nicht markieren, genau. Und ich würde sagen, Kevin, die erste Megabox ist einfach mal am Start. Oh mein Gott. Danach gibt es kein Zurück mehr. Let's go in 3, 2, 1. Go, Digga. Oh mein Gott. Alter, es geht los, Lukas. Es geht einfach los. Ich hoffe einfach nur, dass diese Aufnahme nicht abstürzt, Freunde, oder sonst irgendwas. Ihr könnt es mir glauben, Alter. Der erste Brawler, Kevin, in 3, 2, 1. Let's go. Es ist die Supercell ID. Toll. Toll. Bei beiden. Oh, okay. Das ist der feierliche Anfang. Danke, Bale, auf jeden Fall für die nette Begrüßung. Ja, Mann. Aber wollen wir die Angebots-Megabox, dann können wir wenigstens noch aufmachen, oder? Ja, ja. Ich habe jetzt keine, so wie du, aber du meinst das Sonderangebot, ne? Ja, ja, genau. Ja, lass das Sonderangebot machen, genau. Aber die 11 Euro für das andere Angebot, die müssen nicht unbedingt mehr sein. Nee, nee, nee. Das reicht schon jetzt inzwischen. Oh Mann, Alter. Ja, Junge, es wird so eskalieren. Drei Verbande. Der nächste Brawler ist bei mir am Start und bei dir auch. Es ist in 3, 2, 1. Die Boxerin. Boxer, das Pärchen. Okay, let's go, Digga. Leute. Nice, nice. Schreibt doch mal alle Hashtags der Nita auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr wisst es, Alter. Du diesen kranken Rekord. Und der nächste Brawler ist nicht hier in der Box drin, genau. Sondern in der... Oh, ich wollte gerade einen Skin kaufen, ey. Das wäre es gewesen. Dann mache ich die Mega-Box hier noch auf. Genau. Noch eine Angebotsbox habe ich. Hier verbleiben sie. Habe ich sie am Start. So, und der erste Brawler ist einfach mal... Darrel. Noll. Oh. Okay, Freunde. Okay. Sehr interessant. Ab jetzt ist alles offen. Jetzt kann alles passieren. Wie viele legendären Brawler werden kommen? Wann werden sie kommen, Digga? Ich bin so gehalten. Schreibt mal in die Kommentare, wer zuerst von uns beiden den legendären zieht, Freunde. Bevor ihr das Video jetzt schaut. Genau. Und wer wird zuerst Geld ziehen? Den chromatischen Brawler, Freunde. Ja, Mann. Ja, Mann. Let's go, Leute. Wir müssen so viele Mega-Boxen heute öffnen. Wir sollten nicht so lange um den heißen Freireden. Ich habe direkt einen Brawler. Und zwar habe ich die Kneippen-Beschnigel-Rädater. Let's go. Nice. Okay. Ja, ich mache auch mal weiter. Ich habe, glaube ich, auch einen neuen. Ja, ich habe die Boxerin. Okay. Kann man machen. Ich habe keine neuen in der nächsten Mega-Box. Ich glaube, es ist einfach jeder von uns mit über 625 Mega-Boxen heute öffnen. Also, ich sage mal so, wenn da nicht der Account maxed out danach ist, dann will ich ein Statement von Supercell. Ich habe einen neuen Brawler. Du auch? Nee, aber warte mal kurz. Okay, ja, 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 ja. Da bin ich bestimmt noch mal ein. Ja, gönn jetzt mal. Gönnt er nicht. 6 verbleibende. Jetzt 2. 2 neue Brawler. Okay. Ja. 3, 2, 1. Go, der Boxer. Ich ziehe mich. Hi. Krass, Digga. Und als nächstes. Max. Noll. Alter. Max to the Max, Alter. Richtig nice. Der erste mythische hier am Start, Digga. Okay, okay. Aktuell liegst du in Führung. Ja, Mann. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Muss ich auf jeden Fall jetzt mal nachlegen. Genau. Let's go, Freunde. 6 verbleibende wieder in der nächsten Mega-Box. Ja, Mann. Ich habe 4. Und wir haben dich. Hi. Na? Ein neuer Punkt, Leute. Alter, Junge. 4 verbleibende. Ich bin auch mal gespannt. Vielleicht schaffen wir heute 9 verbleibende. Ich auch. Oh, du auch. Nice. Ja, Mann. 9 verbleibende Gegenstände heute in Coming, Freunde. Man weiß es nicht. 3, 2, 1. Go. Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Rico. Sehr nice. Ja, Mann. Okay, weiter geht's. 5 verbleibende. 6 verbleibende. Und... Jackie. Okay, kann man machen. Kann man machen, Freunde. Jackie. Let's go. 5 verbleibende. So, wieder 5. Ey, ich will echt... Lukas, 9 oder 10? 6. Okay. Wenn man die 6 umdreht, ist es auch eine 9. Kannst du auch nochmal kurz theoretisch warten. Ja, stimmt, aber die 6 umdreht, hast du schon recht, Kevin. 5 von der Miku im Thumbnail einfach die 6 umdreht, ist kein Clickbait. Genau. Und dann so drüber schreiben, Thumbnail ist andersrum. Okay. Alter, okay, jetzt gerade Gönter scheinbar irgendwie, ja, jetzt hat er eine 5 war Durststrecke gerade am Start hier. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich esse in der Zeit ein Schoko-Kicks. Okay, gönn dir mal Kevin. In der Zeit werde ich einfach nochmal ein paar Juwelen raushauen, aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich habe ja noch ein paar Juwelen auf dem Account, ne? Ich glaube, ab jetzt müssen die zwei Finger zum Einsatz kommen. Der einzige Chat, wer gerade verwirrt ist, Freunde. Ah, let's go jetzt. Okay. Kevin, zähl runter und dann öffnen wir. Drei, zwei, eins. Go. Uh, Karl, die Kloschüsse. Ah, ist wie eben umgedreht, glaube ich, ne? Der erste Brawler. Ja, Mann, der erste Brawler. Okay. Dann geht es direkt weiter. Ja, Mann, es geht direkt weiter, Freunde. Genau. So, und 5. Bei mir sind auch wieder ein paar Fünfer-Boxen mit dabei. Wir müssen auch mal gucken, wann wir upgraden. Ich glaube aber, wir haben so viele Juwelen, Kevin. Wir können nochmal... Ah, ich habe jetzt 47.000 Juwelen. Ich würde dann gleich erstmal upgraden. Und in der Zeit kann ja Kevin nochmal versuchen, was zu ziehen. Wenn er nicht zieht, Leute, dann sehen wir uns gleich. Oh, no! Frank! Lol! Ich habe mal 5 einen Brawler gezogen. Ach so, ich dachte, der kam so überraschend. Ah, okay. Ja, ja, war für mich auch überraschend bei 5. Oh, mein Gott. Okay, und ich habe noch 47.700. Ja, okay. Ich mache nochmal ein bisschen weiter. Mal sehen, ob ich noch was kriege. Ja, 700 Gems kannst du nochmal runter, ne? Es sind noch so viele Juwelen übrig, Leute. Ei, ei, ei. 4. 4. 4. Hä? Hm. 6. Ja. Oh, okay. Und? Jackie. Okay, Jackie. Auch nochmal hier. Okay. So, dann schaue ich jetzt auch mal eben wegen Upgrades. Genau. Machen wir ein paar Upgrades. Weiter geht's, ne? Genau, Leute. Weiter geht's. Let's go. Ich bin gespannt. 5 von beiden habe ich hier. Hm, ich habe auch 5. Mensch. Was soll das denn? Schade, schade. Sechs, hallo, na? Oh, okay, nice. Aber du kannst ja nochmal kurz warten, wenn ich auch nochmal sechs verbleibende Freunde. Man weiß nicht. Diesmal trinke ich nichts. Äh, diesmal esse ich nichts. Diesmal trinke ich was, Freunde. Ah, okay, perfekt. Ich habe auch sechs verbleibende Kämpfer. Ach, nice. Okay, sehr schön. Dann 3, 2, 1, gönn. Gadget. Man kennt's. Oh, Alter. Man kennt's. Leute, Gadgets geben in diesem Opening keine Punkte, weil es einfach zu verwirrend wäre. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, die 7 am Start. Die erste, richtig krass. Ja, man. Die erste 7, Freunde. Let's go. Ich habe sechs verbleibende. Okay, passt. Nice, nice. Ja, warte mal, dann mache ich erst mal vielleicht, dass sogar 3 Brawler gönnen. Okay, 2. Und der erste Brawler ist einfach mal Penny. Erstmal aber 2 Brawler. Auf jeden Fall ein neuer Brawler. und zählst du mal runter. 3, 2, 1, go. Genie, lol. Let's go. Alter, krasse Vox, 7 verbleiben. Ich glaube, es liege ich knapp in Führung. Ja, ich glaube auch, ne. Ich habe zwar auch schon ein München, aber bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es auf jeden Fall hier sehen, den Punkt zu starten natürlich, Leute. Und ich gucke auch nochmal, was ich habe. Let's go. Und es ist ein Gadget. Ja, moin. Perfekt, Leute. Ich mache schon mal weiter. 7, das zweite Mal. Let's go. Ja, moin. Alter. Let's go. Ja, man, Leute. Nice. Okay, soll ich noch warten oder soll ich auch warten? Ja, warte nochmal kurz. So, Kevin. Jetzt gucke ich auch nochmal, ob ich nachziehen kann. 6 verbleiben. Oh. Okay. Ja, warte mal. Mach du erst mal. Ich mache mal meine erste Sache. Gadget. 3, 2, 1, go. Oh. Let's go. Nice. Sprites. Sprites. Nice. Nice. Und ich habe die Biene gezogen. Sehr nice, Leute. Das ist schon der zweite Mythische am Start hier. Okay. Ja, man. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich bin gespannt, wann der erste Legendäre kommt, Kevin. Muss ich echt sagen. Oder der Komatik. Der Brawler. Sieben. Oh, ich habe schon wieder. Let's go. Nice. Nice. Okay, warte mal. Dann gehe ich schon mal runter. Und du machst wieder deinen ersten. Du machst die erste Sache. Okay, die erste Sache, Leute. Let's go. Gadget. Und die zweite Sache. Okay. 3, 2, 1, go. Oh. Oh. Was? LOL. Der zweite Mythische. Oh, nee. Du hast auch schon 2, ne? Ich habe auch schon 2. Ja, ich habe auch schon 2. Ja, ich habe auch schon 2. Ben ist ja auch noch mal am Start, Freunde. Fängt stabil an. Wir haben nicht mal 5000 Gems beide ausgegeben. Ja. Kann man machen. Ja, moin. Kann man machen, Freunde. Auf jeden Fall jetzt wieder fleißig. Ich habe 6 verbleiben. Ich öffne direkt. Let's go. Und. Oh, die Biene nochmal. Oh. Okay. Let's go. Der zweite Epische. Kann man machen. Der muss jetzt mal am besten 9 gönnen. Dann ist das Video auch schon direkt wieder drin, die Ausgaben. Oh. 7. Das dritte Mal. Let's go. Heftig, heftig. Okay. Nice. Nice. Okay, soll ich noch kurz warten, oder? Genau, warten wir mal einen kurzen Moment. Vielleicht kriegst du auch nochmal hin. Okay, okay. 6 und 9. Wo? 6? Ja, warte mal. Und. Gadget. 3, 2, 1 und. Oh, ja. Oh, Pipa. Ich habe die Kneipenschlägerin. Ah, geht klar. Ich schaue nochmal kurz wegen Upgrades. Ich schaue auch nochmal. Okay, Kevin. Weiter geht's, würde ich sagen. Nächste B-H-Box. Let's go. Ja, man. 6. Hallo. Oh, Alter. Bei dir gönnt er ja die ganze Zeit gerade. Ja, aber dafür gönnt er am Ende nachher nicht mehr bei mir. Aber ich will hier auf jeden Fall den ersten Legionären zu nehmen. Das sage ich dir. Ja, ja, ja. Das glaube ich dir, Kevin. Aber ich sage mal so. 3, 2, 1. Oh, Pipa. Nice. Jetzt hast du auch Oh, Pipa am Start. Sehr geil. Ja, man. Komm, er muss jetzt, er muss jetzt hier vielleicht sogar Gale gönnen. Das wäre auch ganz geil. Das wäre Gale. So. Oh, 6. Ah, nice, nice. Bei mir auch. Let's go. Oh, nice. Okay, zähl mal runter. 3, 2, 1. Go. Gadget. Gadget. Leute, ich dachte schon hier. Drop this end Leon oder so rein. Okay, Freunde, wir öffnen die Box und let's go. Gadget. Gadget. Ja, moin. Immer diese Anspannung und dann Gadget. 6 verbleibende. Und wir ziehen. Was, schon wieder? Oh, cheesy. 3 mythische. Nein, dritter. Ich habe auch 6. Ja, komm. Nice. Und Gadget. Okay, kann man machen. 6 verbleibende. Und... Was? Jetzt kennt er bei dir aber. Gadget. Oh, man. Immer so Gadget. Ja, ja, ist so. 5 verbleibende. Okay, wir müssen gleich wieder gucken wegen Upgraden eventuell. 6 verbleibende. Und... Was? Oh, der Ehrenbruder hat fragt. Oh, nein. Wir haben ja 6. Ich habe auch. Alter, nice. Und... Gadget. Gadget. Mega. Es ist einfach. Leute, diese Gadget-Enttäuschung. Das ist echt. Es ist hart. Es ist hart. Leute, ich weiß, wie ich Leon bekommen kann. Oh, 6 verbleibende. Den Trick dürft ihr Lukas nicht verraten. Sonst zieht der vor mir Leon. Ja, mal schauen. Ich zeige es euch gleich mal. 3, 2, 1. Warte. Oh, lol. Die Animation. Das ist Mortis. Ich dachte gerade, hä, wer ist das? Ich dachte auch, hä? Der hat ja eine neue Animation, fällt mir gerade auf. LOL. Ich dachte, hä? Oh, mein Gott. Ich war erst so verwirrt. Ich dachte, ich habe ihm diesen anderen neuen Brawler gezogen. Ja, 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 ja. Nur aus Versehen, so, hä? Ja, ja, ja. Oh, mein Gott. Okay. LOL. Okay. Warte mal. Jetzt mache ich den Leon-Trick, Lukas. Pass auf. Okay, okay. Oh, lol. Okay. Ja, 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 ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Ich verstehe schon. Oh, mein Gott. Wenn du jetzt so Leon ziehst, ne? Ja, Mann. Ich habe zwar keinen Lollipop hier, aber egal. Und? Hä? LOL. Ach, das ist die Mutti. Ich dachte auch, er ist. Ich dachte, was ist das? Jawohl. Okay, komm. Leute, es ist ein komisches Zeichen, wenn wir YouTuber nicht wissen, was das für ein Brawler ist. Dann ist irgendwas passiert, ey. Ist so. Komm, lass mal nochmal die Brawler hochpowern kurz. Und dann geht's weiter. Weiter geht's, Freunde, würde ich einfach mal sagen. Alter. Los. Fünf. Fünf verbleiben hast du. Fünf verbleiben auch bei mir. Ich bleib in der Leon-Taktik. Ich will Leon haben. Okay, verstehe ich, Leute. Also, ich wünsche mir als erstes einfach mal Gale. Oh, sechs. Ja. Boah, kann man sich gönnen. Pass auf, ich ziehe jetzt Leon, Lukas. Oh. Ne, das doch. Das hat gestimmt. Ich sag gerade nicht. Ne, vergiss. Okay. Ich bin auch los. Und los. Okay, okay. Sechs verbleibende. Und. Oh, die Muddy auch. Oh, die Muddy. Ja, Mann. Alle ehelich, glaube ich jetzt schon. Ja, ich glaube ich aber auch. Ich glaube ich aber auch. Jetzt kann ich mal gucken. Also, ich kann jetzt, ja, ich kann nur noch mythische und legendäre jetzt ziehen. Krass. Okay, das ging schnell. Das ging schnell. Hm, das stimmt. Komm schon, gönn jetzt. Leon. Ja, ich hab sechs. Und Leon. Oh, das läuft. Oh, lol. Oh, das ist. Okay. Krass, ja, ja, ja. Ja, diese Mods Animation, Alter. Oh mein Gott. Jetzt wird es schwierig, Freunde, weil wir haben jetzt nur noch einen mythischen bei mir und vier legendäre und Gale, die wir ziehen können. Sechs. Oh, nice, ich auch. Zäh runter und dann öffnen wir. Puh, drei, zwei, eins, go. Oh, Mr. Peter, der letzte. Ah, nee, der vorletzte mythische. Okay, okay. Mann, wer fehlt denn dir noch? Ich überlege auch gerade. Tara oder so. Merkst du. Stimmt, Tara. Tara fehlt mir, ne? Weiter geht's, Freunde, auf jeden Fall. Bei mir sind es noch 39.000 Gems, aktuell auf dem Account. Bei mir auch. Perfekt, perfekt. Ja, Mann. Ey, wir müssen eins nochmal festhalten. Und zwar hat er mit 10.000 Juwelen bei beiden noch keinen legendären gegönnt. Krass, ne? Ja, Mann. Und? Gadget. Äh, Starbar. Sechs verbleibende. Komm, jetzt gönnt er aber, oder? Jetzt gönnt er aber. Let's go. 3, 2, 1. Gadget. Lol, hä? Krass, Digga. Ey, das ist echt, muss ich sagen. Wir können mal... Warte mal. Lass mal die Wahrscheinlichkeiten vergleichen auf der nächsten Box bei dir. Okay, lass mal gucken, Freunde. Aktuell liegen der da 0,04. 0,04. 0,04? Ich hab 0,09. Das ist natürlich sehr, sehr gering. Aber liegt daran, dass ich so viele mythische schon gezogen habe, denke ich. Und mythischer Brawler, hast du noch einen, oder? Den du ziehen kannst? Ja, genau. Ja, ich hab 0,26 dort. Ja, ich auch. Puh, Lukas, es muss... Es wird jetzt mal Zeit. Es wird jetzt mal Zeit. Komm, 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 komm. Sieben, let's go! Jetzt, Alter, das ist crazy. Nice, nice, nice. Jetzt soll er mal zwei Legendäre gönnen bei dir. Okay, Leute, der erste Brawler hier drin. Star Power. Und 3, 2, 1, go. Star Power. Was? Sechs verbleiben sie direkt. Ah, lol, ja. Und... Oh, ja, Mann! Let's go! Nice! Geil! Der erste Chromatic Brawler hier, Leute. Ich hab's geschafft. Ich hab zuerst Geil gezogen schon mal. Sehr nice. Der gibt 10 Punkte. Richtig nice, Alter. Let's go. Sehr nice. Ja, ja, ja. Nice, nice, nice. Okay. Ja, Mann, das muss ich jetzt... Leute, ich leg aber direkt nach. Ich leg aber direkt nach. Ich genieße es noch einen kurzen Moment, Freunde. Damit es hier besser... Oh, sieben! LOL! Warte, ich weiß gar nicht. Ich hab schon 5 oder 6 mal 7 verbleibende gezogen. Nein! Okay, komm, ich warte dir einfach mal in der Übersicht und schau mal, was da hier abgeht. Ich hol jetzt zwei Brawler hier raus, Lukas. Pass auf. Okay. Und... Jetzt aber. LOL. Ich hab auch 6 verbleibende. Ich hab auch 6 verbleibende. Ich hab's schon das zweite Mal jetzt geskippt, ey. Ich denk halt nicht, dass da jetzt nochmal 7 kommt. Warte, fack. Jaja, klar, klar. Okay. Ich mach zuerst auf. Jetzt aber zwei Brawler. Oh, Mann! Okay, lass uns an. 3, 2, 1, go! Ey! Junge! Ich verzweifle hier gleich. Ey, yo. So, ihr bitte! Sprachen lernen. So, ihr bitte! Nochmal! Nochmal! Sprachen lernen, Bubble. Okay, und? Ey, Mann! Mann, Junge! Was ist das denn? Das kann nicht wahr sein. Das ist echt krass, Junge. Meine Account foltert mich. Lukas, schon wieder 6. Ey, wenn ich jetzt hier nicht einen legendären ziehe. Komm! Ja, komm, raus! Ey! Oh, Leute! Peter! Ey, aber ich hab jetzt erst 4 mythische. Das ist total. Überleg mal, wie viel ich schon gezogen hab. Ey, wie viele Gems. Das hat gar keinen Sinn. 6 verbleibende. Komm, jetzt muss er den legendären Gold vorne. 3, 2, 1, und? Star Power! So, Leute, wir zeigen euch nochmal. Alter, schau dir mal meine Wahrscheinlichkeit an, Lukas. 0,1. Bei legendär? Okay, ich hab 0,09. 0,09. Bei legendär. Ach, das ist aber auch krass. Mhm. Bin mal gespannt, Freunde. Simon! LOL! Schon wieder! Hä? Warte mal, es können jetzt 3 Brawler sogar sein, weil grad hab ich 4 und kein. LOL. Ja, schau mal nach, schau mal nach. Ich hab 4 EFs. Ah, okay. Schade. 2 Sachen. Komm, jetzt bitte 2 Brawler. Bitte, bitte, bitte. Okay. Okay. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Gadget. Ah, was? Ich verzweifle gleich wirklich, Lukas. Oh mein Gott. 6 verbleiben wir. Okay, warte noch kurz. Warte, ich hab wieder ein gutes Gefühl. Ja. Okay, let's go. Komm, jetzt gönnen wir uns beide den legendären. 3, 2, 1, go. Oh, Tara. Ja, Tara. Der letzte mythische. Der letzte mythische. Alter, ich hab wieder nur ne Star Power gezogen, Lukas. Ey, lol, alter. Alle mythischen, jetzt kann ich nur noch legendäre ziehen. 3. Äh? Bei mir fängt das doch gar nicht an. Was? Ja, 4. Warte mal, es können jetzt... Ja! Loll! Let's go, aber 4. Okay. Und... Ja, endlich! Let's go! Endlich! Off my max to the max! Junge, alter, Junge, Junge. Ach, Freunde. 4! Oh, 5 hab ich? Warte mal, Lukas, warte mal. Entspann dich mal kurz. Okay, okay. Ich hatte grad die ganze Zeit 2 verbleibende. Ja, stimmt. Wenn ihr jetzt 2 Sachen... Es könnten jetzt 4 verbleibende Gegenstände sein und 2 neue Brawler. Oh mein Gott. Guckt nach. Loll! Brawl Stars durchgespielt, Leute. Oh mein Gott. Ja, schau mal nach. Let's go, Alter. Ich hab wirklich, ich hab wirklich so viel... 2 neue Brawler aus einer... Oder 2 Sachen aus einer Box gezogen in diesem Video. Aber er gönnt mir einfach kein legendären oder irgendwas. Schau nach, schau nach. Es muss jetzt... Es müssen jetzt 2 legendär aus dieser Box sein. Oh mein Gott. Gadgets. Und... Ja! Die Krä... Die Krä... Let's go! Der erste Legendär in diesem Video. Oh mein Gott. Nach... 40 Minuten... Alter! Mein Gott. Und nach... Warte... Warte... Wie viele Juwelen? Nach... 15.000 Juwelen knapp. Oh mein Gott. Und weiter geht's. Ein Verbleiben, nein... Oh mein... Ich hab nichts mehr! Oh mein Gott. Das ging auch echt schnell, Digga. Ich hab nur noch nichts. Alter Lukas. Ey, wieso... Ja! Ich hab was! Ich hab was! Oh mein Gott. Okay. Mach auf, mach auf. Ja! Jaaaaaaah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jaaaaaaah! Jawoll, er hat's die 2 legendär. Ich hab noch gar keinen! Hahaha! Es musste doch jetzt endlich mal sein, ey. Alter, Digga. Okay, nice, nice. Glückwurtst du Spike, Digga. Go, Alter. Mit dem tanze ich jetzt erst mal ein bisschen. Junge, Alter. Ich will jetzt auch Spike oder so. Komm. Ich hab zwei. Ich hab direkt wieder was Neues. Toll. Ja, warte noch kurz. Okay, Freunde. Wie ihr seht, haben wir jetzt alles auf Power 9 oder Power 10 schon mal. Alter, das ist komplett verrückt. Wir haben noch 29.000 Gewählen. Wir haben 21.000 Gems, noch keinen Legendären gehabt. Krass. Und nächste Box wird geöffnet. Auch. Ich hab auch was. Ui, 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 ui. Okay, 3, 2, 1. Go. Hm, Star Power. Ich kann grad sagen, jetzt ist es soweit, aber es ist immer noch nicht soweit. Ein verbleibend. Nein, Mann, nur bei mir. Oh, zwei Sachen. Ich auch. Oh, ich hab eine Sache. Oh, du hast zwei Sachen. Ja, ich guck schon mal. Star Power. Und 3, 2, 1. Ja, let's go. Oh mein Gott, wie lange hat das gedauert? Alter. Alter, das hat über 20.000 Gems gekostet. Junge, über 20.000 Jubeln hat mir der Ehrenbruder Shinji gekostet. Nee, über 1.000 Euro? Ja. LOL. Ich hab's jetzt grad erst realisiert. Über 1.000 Euro, Leute. Für Shinji. Mit einem legendären Brawler. Nein. Alter. Ey. Das ist echt real, ey. Oh, Mann. Ich hab was zu Sachen. LOL. Lukas. Ich guck auch noch mal nach. Ja, ich hab auch was. Oh, nice. Okay, warte mal. Komm. Ich will jetzt hier noch. Ich will jetzt als nächstes Gale. Den will ich Lukas. 3, 2, 1. Go. Ja. Oh. Let's go. Der letzte mythische. Krass. Hat aber auch lang bei dir mit dem mythischen gedauert. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch eine habe, ey. Ich dachte auch so, hä? Ja, moin. Oh, Mann. Ich hab was? Ich auch. Oh, nice. 3, 2, 1. Ja. Let's go. Let's go. Oh, mein Gott. Nice, Junge. Der zweite Legitärer, Freunde. David, der Spike hat's nochmal ausgepackt hier. Let's go. Ja, Mann. Nice. Nice. Okay. Nice, Alter. Ich mach noch mal ein paar Upgrades eben. Genau, Leute. Die Frage ist natürlich, wer magst zuerst den Account, ne? Jetzt fehlen noch zwei legendäre Blorler bei mir. Du hast ja auch noch nicht Gale gezogen, gell? Äh, nee. Ich hab Gale noch nicht gezogen. Ja, krass. Hab was? Ja, LOL. Let's go. Der, Alter. Das Auto war den chromatischen Gale. Let's go. Nice, Alter. Jetzt sind wir genau gleich auf. Ja, stimmt, stimmt. Wer jetzt zuerst Leon zieht, Lukas. Ja, 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 ja. Weil den haben wir beide noch nicht. Stimmt, stimmt. Ja, das ist jetzt der Leon-Hunt hier. Stimmt, Freund. Das ist der Fall. Oh, ja, 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 ja. Jetzt Leon. Leon, Leon, Leon. Ja. Jaa, ja, 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 ja. Jaa, ja, 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 ja. Jaa, ja. Direkt hintereinander. Als ob, Junge, zwei mega Foxen-gate Leon. Was? Junge, so krass. Alter. Und ich sag's noch, wer jetzt zuerst Leon zieht. Ja, moin. Da liegt er jetzt in Führung, Junge. Oh, Mann. Krass, Junge. Oh, Mann. Junge. Auch RIP-Headphone-User an der Stelle. Ja, von RIP-Nachbarn. Oh, je. Leute, kurz zwischen Info. Ich hab sogar meinen Nachbarn vor diesem Video Bescheid gesagt, dass Lukas und ich aufnehmen. Ja, Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt... Ah, ich hab was. Ich wollte grad sagen, ob ich überhaupt noch ein Star-Barn war. Ich hab auch was. Ah, Leute, krass. 3, 2, 1, go. Ja, let's go. Yes. Der dritte, legendäre. Nicht schlecht. Jetzt geht's an die Wurst, du. Ja, Mann. Ich muss noch... Warte mal, ich muss noch Schindy ziehen, du musst noch die Krähe ziehen. Ja, ja, ja. Jetzt geht's darum, jetzt zuerst es schafft ihr alle Brawler zu ziehen. Also du hast auch nur noch ein Ding in der Hand, stimmt's? Oh, Lukas, es kann jetzt vorbei sein. Ich hab aber auch einen. Blinken eins. Okay. 3, 2, ja. 1, go. Loll. Das sind wieder die Selber. Gleiche Star-Power. Lukas, es kann jetzt vorbei sein. Ey, mach kein Auge, Digga. Mach kein Auge. Komm schon, jetzt. Nein. Nein. Ey, Mann. Lukas. Oh, Junge. Ich hab aber auch was. Okay. Es kann jetzt für beide vorbei sein. Steht das vor. 3, 2, 1, go. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Lukas, es kann jetzt wieder vorbei sein. Ja, hier runter. 3, 2, 1, go. Ja. Ja. Let's go. Nein. Der vierte legendäre. Aber warte mal, wie viele Gems hast du noch? Ja, ich hab noch 12.100. Okay, das merken wir uns. Das merken wir uns. Ich hab nämlich noch 14.000. Ja, okay. Auf die Serie hast du noch nicht gewonnen. Ich muss jetzt nur 2.000. Gewonnen hat sowieso eigentlich erst der, der alles Star-Power auch hat, ne, Kevin? Als erstes. Ja, gut. Ja, gut. Das stimmt. Ja, wer magst denn count zuerst, Leute? Ja, dann warte, dann warte mal eben kurz. Nein. Ja. Zieh durch direkt. Nein. Haha. Zieh einfach direkt die Box und du heißt Kevin. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin gespannt. Ja. Loll. Was? Hä? Oh, Mann, Junge. Ja. GG, okay. Wie viele Gems hattest du jetzt noch? Ich hatte noch... Oh, aber sauknapp. 500 Gems, glaube ich, hab ich's vor dir geschafft. Okay, Freunde. Dann zählt's jetzt natürlich nochmal. Bear, Max, den Account zuerst. Let's go. Ja, hab nochmal... Oh, warte mal. Ich hab jetzt die zweite Star Power für Shindy gezogen. Warte mal kurz, warte mal kurz. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ich jetzt schon alles hab. Da hab ich alles, 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 alles. Alles, alles, alles. Ja, ich hab alles. Loll, als ob. Ja? Mir fehlen noch sieben Star Powers fehlen mir noch. Bist du dir sicher, dass du die Gems hattest? Wie viele Gems hast du noch? Ja, schau. Also, wenn du es jetzt schaffst, mit 700 Juwelen, sieben Star Powers zu ziehen, dann kannst du es noch schaffen, Lukas. Ansonsten GG. Also, Kevin, wie viele Juwelen hast du genau gebraucht, um den Account zu maxen? 41.700. Ne, 41.659. Leute, leider dürfen wir keine Accounts verlosen. Ja. Alter. Für ein Video und maxed Account, Junge. Zwei Star Powers fehlen noch. Oh, eine Star Power noch. Oh, eine Star Power. Warte jetzt mal kurz, wie viele Gems du noch hast. Warte mal kurz ab. Oha. Okay, 2600 noch. Das ist echt knapp, Alter. Das ist echt knapp. Also, wirklich. Krank, oder? Ja, ja. Das ist schon sehr heftig. Die letzte Star Power. Oh, die letzte Star Power. Und du hast jetzt noch... Leute, Account ist gemaxed. Alter. Ich habe 2.040 Juwelen. Du hast 48.000 Juwelen gebraucht. Ja. Leute, also auf jeden Fall Glückwunsch an Kevin. Er ist jetzt hier quasi der Gewinner. Er hat schneller den Account gemaxed. Schau mal, wie viel Gold du hast. Ja, 142.000. Ich habe 92.000. Immerhin bin ich der Goldgewitter. Yes, Freunde. Let's go. Alter, zu krank, Leute. Ich würde sagen, ihr seht's. Wir haben alles gezogen, was es zu ziehen gibt. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Es ist komplett eskaliert. Wir sehen uns beim nächsten Video unbedingt heute auf dermerch.de. Den Hashtag dernita-Merch euch gönnen, Leute. Seid schnell die ersten 1.500 Besteller bekommen. Nur das Paket danach ist es ausverkauft. Es wird sehr schnell gehen, denke ich einfach mal. Wir sehen uns und damit. Ciao. Ciao. Ciao.